hallo ihr lieben ihr bekommt jetzt einen foto im dm waren wir auch noch im dm haben wir eigentlich kann ich euch gleich zeigen nur ein paar sachen mitgenommen und wir haben die passbilder ausgedruckt könnt ihr bei dm habe ich euch real müsste jetzt dann online sein schaut auf instagram da könnt ihr passbilder für 19 ne stimmt nicht 19 cent sondern wie viel pro ding vier stück 27 cent und ihr habt so viele passbilder wo ihr dann fürs amt für euren personalausweis und sonstiges benutzen könnte ich gerade gucken ob ich das war oder die beller mein gott ist mir noch so ähnlich auch die schnelle bin ich doof jetzt habe ich die bälle hochgehalten aber nein das war ich genau habe ich euch eine reel auf instagram abgedreht so könnt ihr euch nämlich einiges sparen und ich finde immer passbilder machen kostet ein schweine geld und ihr könnt das ganz easy von zu hause aus mit eure smartphone machen ihr braucht dafür nicht viel dazu wie es genau geht habe ich auf instagram in dem wheel euch gezeigt genau das habe ich letztes jahr schon mal gemacht oder vorletztes jahr und haben so viele gefragt deswegen habe ich mir gedacht dieses jahr mache ich ein wheel draus vor allem musste man noch mal was ändern weil die app was ich damals verwendet habe ist natürlich jetzt nicht mehr kostenlos schön viel werbung für die app gemacht natürlich kostenlos und dann haben sie wieder runter gelernt und dann ist sie nicht mehr kostenlos und die karotte sie hat auch schon mal bessere zeiten die hat immer warten können bis der osterhase kommt vom kindergarten so ich fange mal an bei dmk mein allerbestes lieblings spielmittel mix für 85 cent jetzt kommt die beller noch das schöne wetter einpacken windeln für weiß ich kann was kosten die windeln 5 eur 55 aber 20 totalen coupons in der app gab noch brauchen wir wende und dann haben wir eben gesagt die fast bilder noch mitgenommen einmal ich einmal die luana also ich habe eigentlich gar keine gebraucht aber ich wollte ich habe das für das real gebraucht und damit ich es zeigen kann weil ich keines meiner kinder zeige von den fast bildern her damit ich gleich schön zusammenschneiden kann und einmal ich wollte es da rein tun das bist du ein arsch das ist ja was ich gerade gemacht habe die hat die kamera einfach los ah das ist ja öl ja und dann habe ich spielmittel rein ich wollte es da rein tun ich mache mal weiter habt ihr es gecheckt oder nicht es hat aber auch ein paar mal benutzt aber es könnte es immer mehr nehmen ich wollte es da rein tun hier ist unser frittieröl drin und mein mann hat hier einen schuss vom spürmittel reingemacht aber er wollte gerade frittieren pommes aber eigentlich wollte er was abspülen weil gedanken wahrscheinlich von mir was verwirrt von mir und dann haben wir eigentlich gesagt wir nehmen nur ein paar sachen mit mir so für jetzt mittagessen für mittagessen dann habe ich mir gesagt na toll und im auto ist nur so eine riesen ikea tüte gesicht zu mittagessen haben wir eigentlich erst gedacht gibt's würstchen mit semmel also brastwurstsemmel pro semmel 19 cent dann hat die bella aber grillfackeln gefunden das gibt es ja nur im sommernach bock können wir grillfackeln machen ich habe ehrlich gesagt auch mehr bock auf grillfackeln kann der sein wurscht selber essen deswegen was machen wir jetzt zum essen also wurscht machst du jetzt auch gar nicht genau also machen wir jetzt so mit der grillfackeln die waren 4 euro die waren ein bisschen hochpreisiger hier 4,43 euro es ist so schlimm im winter wenn es keine grillfackeln gibt haben wir nicht zwei mitgenut kopfmann rad und wiese waren nicht im angebot und seid bitte ganz stolz auf mich und ich habe sie trotzdem gekauft ich hatte erst die classic semmeln aber die schmecken halt nicht so gut kosten 1 euro 19 die classic semmeln sind neun strukturen kopfmann rad und wiese semmeln schmecken unglaublich gut und lecker kosten aber 1,79 wenn die nicht im angebot sind dann stand ich davor ihr wisst mein schnäppchen herz so kopfmann rad und wiese semmeln schmecken nicht so gut semmeln sind teurer schmecken dafür bombastisch geil was machst du was machst du natürlich das nehmen was gut schmeckt mann du arbeitest also darfst du auch geld ausgeben und das ist so mein problem immer so ein bisschen ist ne hürde aber ich werde besser ja aber dass das verstehen jetzt nur schnäppchen herzensparer schnäppchen bestimmt habe ich den ein oder anderen hier da der das versteht dass es manchmal echt schwierig ist und man mit sich hadert was man nehmen soll oder oder schreibt es in die kommentare schreibt es in die kommentare wenn du auch manchmal so denkst du vor dem regal stehst schmeckt gut ist aber teurer scheiße nicht im angebot was macht ich habe mich gut entschieden oder für die schmeckt gut variante 1,15 für fleischwurst dann haben wir gesagt jetzt ist die sonne fast weg aber dann haben wir gesagt wir machen heute nachtisch ein eis bestimmt wenn nachtisch eiszeit ist es regnet es bei uns draußen 2,39 und ich bin eher team sowas aber das darf die amelie glaube ich nicht essen oder ne weil da allein schon haselnüsse drin sind die dürfte ist aber ob da jetzt eis weiß ich nicht aber die darf ja kein nuss an die mandel ist dann nicht nuss sondern man darf ich dürfte ja überhaupt keine nuss essen und ist da ein ei auch mit heute wollen wir übrigens auch noch eier färben was wollt ihr noch alles machen wir wollen halt alles machen keine einung ei leg sich da jetzt nicht 2,99 alter das wird auch immer teurer oder 1,99 für aufbackbrezen wisst ihr ich gebe euch da mal einen chip und du stehst wahrscheinlich da auf der anleitung drauf aufbackbrezen schmecken am geilsten wenn ihr die 15 minuten vorher draußen auftauen lässt wieso ist der so laut 15 minuten vorher auftauen lässt es steht sogar so drauf das haben wir nämlich rausgefunden ohne dass wir die anleitung gelesen haben halbe große ich habe heute butter beim angebot die habe ich letztes mal gar nicht bekommen diesmal gab sie für 1,35 jetzt muss ich lieber überlegen oh nein mein sonnenblumenbrot einmal total zerquetscht weil du es reingeschmissen hast 1,99 weil der Papi nicht packt du hast es du hast es reingeschmissen du hast es reingeschmissen wenn was scheiße läuft bist du dafür verantwortlich wenn das gut läuft dann bin ich dafür verantwortlich so oh kaputt es ist auch mein mann dafür verantwortlich dass es jetzt kaputt ist Milka schokolade 65 cent ja jetzt heul nicht 65 cent und 65 cent ich habe wieder eine übelste schokoladensucht ich stehe aber auch gerade wieder kurz vor meiner roten Welle einmal Eier wir haben einiges erklärt einiges bin ich irgendwie furchtbar gleich ich ja das merkst du du bist immer furchtbar ich weiß noch was du machen kannst 1,99 für Eier Karotten die Kugeln 99 cent zweiter das habt ihr gesehen das ist zweiter und dann hat er noch die eheligen Pommes mitgenommen ich mag was seid ihr team dicke Pommes oder habe ich für mich sogar auch die ist auch dicke oder sieben Millimeter sieben Millimeter was seid ihr seid ihr team dicke Pommes oder seid ihr team dünne Pommes ich mag nur dünne Pommes ich finde dicke Pommes schmecken so krass nach Kartoffeln oder so so mehlig und keine Ahnung 1,89 übrigens grobe Bratwurst was haben deine Bratwurst gekostet keine Ahnung 2 Euro oder so was kostet die Bratwurst was Bratwurst 1,99 und eine Gurke für 79 cent ja war es dann auch schon wieder beim Kaufland und wir wollten eigentlich nur uns schnell das Mittagessen einfangen um uns schnell das Mittagessen einzufangen haben wir 45 Euro und 37 Cent ausgegeben dann meinst du die kann man noch benutzen die Gurke äh Karotte warum ist die so die ist die die ist zwei Tage zu Hause was ist hier passiert woher kam sie sie sah vor zwei Tagen noch gut aus warum passiert das bei einer Karotte ähm ja da ist aber auch noch ein Ei drin jetzt ihr Leben vielen vielen Dank ja ich hör schon auf das war es mit ihr die klebt auch schon die hat schon gesüfft vielen vielen Dank fürs Zuschauen über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen über ein kostenloses Abo natürlich auch und schaut dann auf jeden Fall auf jeden 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 Fall auf Instagram vorbei Lisa Schnapper ich setze mich jetzt direkt hin und versuche dieses Wheel zu schneiden dann ist es nämlich definitiv online wenn das hier online geht ich überlege gerade ob ich das gleich online stellen soll dass das gleich aktuell und total aktuell ist oder ob ich es nicht gleich online stellen soll werdet ihr sehen ihr Lieben vielen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal tschüssi tschüssi tschüssi